Okay, hier kommt der beste iPhone-Hack, von dem ich jemals gehört habe. Geht bei Einstellungen auf Bedienungshilfen, Sprachsteuerung, macht diese an und geht auf Befehle anpassen. Dann neue Befehle stellen und den Text eurer Wahl eingeben. Geht anschließend auf Aktion und wählt eigene Geste ausführen. Tippt jetzt ungefähr da auf dem Bildschirm, wo ihr denkt, wo euer Code ist. Und schon könnt ihr das machen. Liked und folgt mir für noch mehr Tipps.